Ich sehe doch was da kommt, da kommt ein dicker, dicker, dicker. Und noch so einer? Okay der ist weg. Die Frage ist was machen wir mit dem? Ich muss nur anladen. Das steht schon mit einem geschützten. In die Fresse. Das ist immer noch einer. Lade nach. Lade erneut nach. Was hast du gemacht? Gar nichts. Nichts. Aber da ist noch so ein dicker. Jetzt nicht mehr. Oder linken Kraut. Jetzt ist da schon wieder einer dran. Ich habe gar keine Munition. Das Wort geht mal zum Geschütz. Zum Geschütz. Ganz schnell. Geschütz. Ja da oben der ganze Zeit auf und zwar hat hier. Ja. Das sind eine Menge Leute. Die Treppe hoch. Ja. So was? Ja. Wie ne. Jetzt soll man hier einer hochkommen. Ja. Ja. Na Gott. Ja. Jetzt reicht's. Ja. 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 Da hinten ist auch noch einer. Im Geschütz. Guck mal. Gewehrmanition ist. Nicht so gut aus. Ja. Ich hab aber unschönes gesehen. Was denn? Oh Mann. Dicker, dicker. Mähne. Oh nein. Nicht bei dir. Nicht bei dir. Oh. Oh. Wollte ich dir eigentlich nicht verwenden. Nächste. Nein. Nicht du. Nein. Nicht du. Nicht in die Mine rein stolpern. So. Wo ist er? Ich glaube da kommt er nicht weiter. Warte da kommt er kommt. Nein. Nein. Da rein stolpern. Nein. Nein. Wo hat diese. So ist jetzt unter. Da läuft man da unten. Ja. Gehmann hat geschützt. Ja. Ja. Kann ich dir nicht damit auch bei anderen. Eigentlich. Müsst du. Ja. Komm her. Er geht nicht zu tief. Hör auf auf mich zu ballern. Ja. Das einzige was ich hier halt immer wieder sehe ist explosionen. Ja. 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 Da kann er da hinten aufhören. ja. 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 Es gibt's nicht. Ich such das ding doch. Hör endlich auf mit der raketen nummer. Ich krieg den nicht. wir müssen wir sollten einfach weitergehen und hoffen dass wir dabei nicht sterben naja sonst hängen wir hier noch ewig dran der part ist wieso schon viel zu lang ich weiß gar nicht wo weiß nichts hin müssen wir müssen hier rüber einfach durch hier lang nehme ich an aber da ist ein tor kaputt machen müssen ich sehe schon danach das gewehr das kraut machen was aus doppelkraut zum geschützt zum geschützt ich habe keine monik ich habe keine monik geht zum geschützt haben erst mal genau auf dem platz keine ahnung irgendwas aber liegen kraut das kauf wird ich sage mal 1 1 und ich habe gerade mein gott furchtbar ja was geht jetzt rechts ich habe eine markt umgefunden so ist der tor bitte warte heute war noch gar keinen cardio tag ich habe kaum noch munition und es ist belastend weiter durch durch du hast du aber nicht schien gewährleicht der kontrapunkt danke und so ein punkt doch mein gott ist ja immer noch nicht vorbei aber hat heute den schnack ich mir da oben da mich in ihrer treffe ich nehme von hier aus weg noch einer das ist aber so ein dicker 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 so ein paar minier musste man ja hin mussten nachladen jetzt geben wir uns ja genügend kräuter ja weil sonst wäre das echt ziemlich unfair das ist noch ein kraut das gewehrmusition ich habe kaum noch position ja schließen ja noch einer da endlich mal ein bisschen schock munition oh gott da wollte ich gerade angreifen ja dass man daran dass man dann so jetzt schon mal weg danke mein gott jetzt mehr teamwork gefangen in den gesamten hauptprojekt finde ich ich bin dafür wir gehen weiter wieso so hallo hier ist ein zelt munition in allen farben und form und erst der verspringen uns bitte mal bitte naja sagen wir doch wieder halbwegs ich wollte gerade sagen hinter uns sind welche grün auf der karte ist eine türe ich glaube ich muss hier hoch schicken diese hat grün auf der karte ich glaube da muss reden glaube ich weil sie nicht geschützt sind geschützte aber du musst dir die tür aufmachen da kommt ein dicker ja ich merke schon schießt auf den glaube ich die gegner nicht von hier aus ich glaube hinter der ist einer da kommen noch welche nein du musst hier die tür aufmachen für mich ja wo ich bin da hinten du wirst euch jetzt habe ich doch erstmal gecheckt so tschüss auf und kommen rein gemein das wasser ist herrlich ja das ist das ist 정이 haben haben es ginnig die gebb voll geh mechanisch ja ja wir wieder mich an baggert das ist schlimm moment rechter ob der noch ein kraut für 30 gebiet ja ich bin ganz deine meinung gehen wir weiter ja ganz lange vor dem kampf gegen das war nach dem kampf gegen excel erw ich werde versuchen, einen Weg zu zu schnappen. Du musst diesen Serum finden. Axella hat immer mit ihr, in einem Attaché-Case. Natürlich. Hey Chris! Chris? Das ist kein guter. Es ist zu verabschieden. Es ist okay. Ich sagte ihm, was er zu wissen hat. Puri, Duke sollte jetzt auf dem Roofs sein. Okay. Okay, let's go and find Duke. so moment bevor bevor es weitergeht ich bin ja und was mich gehalten ich hatte auch noch voll ab egal hier geht es ums prinzip ich habe das gefühl fühlt dass uns hier noch ein boss kampf erwartet mal schauen also ich weiß was hier kommt aber du musst es mir sagen ich glaube nicht nur jetzt gleich sehen es wird mir bestimmt nicht gefallen nein glaube ich das haben auch drin also kisten was zum alter aber wir müssen überleben ja wir brauchen eine hilfe naja wir müssen überleben müssen wir überleben seite denn es war sitzt schauen wir die im leben hier 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 ist ein vernichtungsprojekt weg mit einer zerbrochenen flasche das war ich verschanzen das gar nicht genau das ist doch nicht schlecht oder oh mein gott woher soll ihn schnapp ich mir dahin ist er schon ich drücke mal gesandt sniper in den rein ich muss nachladen ja super hat ja großartig funktioniert die deckung das steht gerade aber gute idee oh mein gott hat leider übergezogen nein gott da kriegt immer noch einen schuss rein weil jetzt aber weg glaube ich dass er weg ja ja jetzt weg vom kraut jetzt auf einmal alles explodiert oh mein gott er hat baut auf dich geworfen also seinen kollegen denn da habe ich da und hat gott vorsicht stand genau daneben ich gehe nach oben so viele granaten zum massenverdichtungs wochen wir sagen ich mit hier genau so ein schrotflinte oder ganz oben schießt uns ein ab wie kannst du es wagen hier du bist weg du bist weg hier ist gemütlich hier ist nicht gemütlich darüber hinter uns kommen auch welche hoch by the way alter der typ der macht mir ja das ist ja ich hätte sehen doch nicht wahr sein ich sehe denn da schon fällig bevor hat er soll neben leben schon tode doch ich aber noch ein ja da hinten war einer ich habe schon ein bisschen mit dem sniper bearbeitet ja das ist immer weg geht der steht aber auf der steht wieder auf der steht auf der steht auch ach du warst getroffen ja du warst im sterbe du hast eine sterbe animation ja warte diese kekse ja zuck zuck wirst sich schlecht auf mein gott du bist du gerne tuk nur so eine farbe nebenbei ja ich will mich hier wirklich und unter ich will den hochklettern wenn kann aber solch mit meinen kanaden weiß dass du damit die parasiten ins könnten ganz und gegen den ist auch gar gar nicht mal so scheiße kommen wir hinten irgendwo ich mache ich blatt ich mache ich blatt der ball hat schon noch mich jetzt nicht weg hier das war nicht so klug hat dass die dicken shop down nein aber gleich was ich wollte warum geht der ich da aber gerade ich mache denn nein ich mache denn nicht eine erste hilfe mir jetzt nicht schlecht ja wir sind zu viele leute ich kann nichts neipen also ich gehe nach oben ja ich gehe direkt nach oben und hole mir die granaten einfach alles in die luft springen ja kann er damit dass wir hier hoch gehen ich glaube hier oben ist am sichersten oh man der erste run war war halt echt der beste ja naja da kommt da jetzt mal gleich neben wo ist er naja einmal naja ich bin auch kurz davor warum bist du nicht oben geblieben warum bist du nicht oben geblieben hat er sich auch gerade gelbaut war sehr frustrierend gerade war ja wahrscheinlich ich bin auch gelacht hier ich bin auch hier ich bin auch hier ich bin auch hier wochen ja jetzt wirst du um jetzt bin ich unten gibt es doch nicht mal wir stellen wir sowieso wieder sofort ich glaube da oben steht ist echt keine gute idee vor allen dingen dann ich bin der kettling typ da ist also ich kann den super von augen treffen ja aber das hat immerhin bewegen bleiben da unten in der ecke wieder ich versuche die ganze dinge zu treffen was bei der ecke gehen wieder ich glaube da waren sie ersten gut einander links einander rechts damit hat schon klappen irgendwie ja ich glaube jetzt kommt der da kommt immer so in einer minute aber ich wollte gerade heilig oder nehmen und voll angeschlichen fest dropkick ich würde weggehen hier eine mädel ganz armen der ausgelöst da ich meine wieso brennig wieso brennst du der tod wenn ich ein grünes cloud hinter dir nicht weil ich kein platz mehr habe ja du bist sowieso voll sichtbar links von uns vielleicht kommt so ein ketten sägen typ glaube ich oder ganz oben ist auch einer gewähne zwei minuten auch kommen geteckert das war sehr effektiv da kommen hör auf mich an zu baggern bewegt dein arsch her kettensägen typ sehr gut wenn schnell wird ich habe keine personen mit so ein bisschen bitte rechts 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 das steht so weit von wieder auf wieso war ich sofort tot ich weiß es nicht aber die ecke ist gut einfach da hat es viel zu lang mitgeschnitten aus dem weg auch herbst ich also lot ja auch gleich kommt der gettling ja da ist er stehe eine ecke 1 2 3 5 war doch einfach was ich wollte erlebte noch so dass weg hervorragend ausgezeichnet jetzt auch weg keine motors bitte ich sehe gerade nicht wo uns keiner mit monotovs ab wirft wahrscheinlich irgendwo von ganz oben und darum ist leider ich habe mich glück sniper doch habe ich wohl habt ihr gerade ich habe dir auf jeden fall wo ich so gegeben ich habe eine ganate da aufgewogen schön hier bleiben bitte gott muss erkennen sie typ kommt er erst jetzt gleich ja ja jetzt kommen sie da wo seid ihr guck mal links von uns bitte da ist der erste okay noch erster weg war noch einander ja kommt gleich noch einer wegen kraut aber ich gehe da jetzt nicht raus das ist nicht tot aber es gibt mir so ein bisschen die zeit weg 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 und tag weil ich bitte wenn er jetzt nicht gleich hier ist ist dann ist dann haue ich ihm aufs baul links von jahre keine sorge ich habe eine kontrolle das ist jetzt nicht wahr nein nein der teil hat sich wieder erhöht ja hier überall bovs rumfliegen jetzt habe ich mir links von 6 noch mal hallo wo ist so ein kippen singen da da kommt der in die fresse in die fresse in die fresse in die fresse aber da liegt ein kraut manchmal in meiner nähe komisch hat freigeschaltet ich glaube da kommen wir nicht weg 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 gott weg von dem typen hier und die ganz schön drauf ja gott ich glaube hier sind wir halbwegs sicher ich habe keine munition mehr außer dass wir bleiben dass wir bleiben in der ticke jetzt nämlich kommt das ist oh mein gott oh nein oh mein gott jetzt müssen wir von vorne anfangen da gibt es jetzt nicht mal ich bin jetzt sauer jetzt jetzt bin ich richtig angepasst ich bin auch mit holliger laden die decke hat mir eigentlich relativ gefallen ja du wirfst hier die ganze zeit mortos auf uns also hier magnum munition der leben kann helfen aber ich habe ja einen dicken dicken nämlich gerne schnell erledigen also hier ja oh mein kopf ist das nicht gut für mein herz ja was soll ich jetzt sagen moment jetzt ist relativ ruhig oder linken kraut irgendwie sagst du dich was das kraut ja auch kennen sehen typ recht was hat und das war der der erste geht schnell down natürlich kein kraut hinterlassen noch nicht mal links von uns bitte ja der steht wieder auf genau nicht so weit weg läuft ja naja du bist weg und du bist weg wir noch mal zwei minuten warten müssen hilfe ich brauche nicht so mit das nachladen also nicht nein das ist keine person als wäsche kentensägen typ könnten sehen typ rechts ich werde langsam wütend lieb so gut ich muss ich noch nicht von einem machen ich brauche keine makna munition gibt sie mir da wer zu unserer alten position ja gettling typen das gewehrmusik auch sagt also gesehen wie großartig auf einmal war hat sie explodiert ist habe ich nicht gesehen weil ich hoch konzentriert bin oben ist einer jetzt nicht mehr glaube ich irgendeiner wirft die ganze zeit links ja ich möchte gerne mal erleben wird schon der nächsten werfen das erste spiel haben wir auch noch darum ist auch noch einer was hat was hat noch Oh Was weg aber ich hatte kettensäge reiser ab der kommt da rausgesprungen wir stellen wir ihn auf einmal mit einschlagen ich weiß es nicht warum heute erlebte noch ehrlich auch auch aber gett linkt kommt glaube ich jetzt wir sind schon so oft daran fragt wir wissen was schlau ich sterbe ja das ist doch nicht so einfach sterben aber und doch mal das weg durch okay oh gott dass ich da weggeduckte wir haben es halt drauf nein du hast keinen kopf mehr bitte nicht angreifen ein rotes kraut ehrlich rotes kraut ja warum nur noch ein grünes oh gott wo kann das her da oben wie soll man den erreichen da hat jetzt weg keine monotops mehr was bringt jetzt gerade ich werde die ganze zeit getroffen von den kentensegen direkt bei dir dann gehe ich mal hier weg naja ich glaube da wird nichts wir laufen einmal rum da passiert so was ja das dauern das würde es gehen aber ich war den kettensägen typ noch was man da wieder am anfang in die ecke gehen ja oder daran ja ich habe mir so ein feuer angezündet mein gott ich habe keine maschinen gewährleistung mehr weil ich dachte aber der tod glaube ich ich will ich noch nicht geschlagen ich muss nachladen schnell 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 gleich ein paar noch ehrlich ich bin sogar sicher nein du blödes dass da am anfang in die ecke gehen haben wir amfang letztens war genau links 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 ich habe eine blende kanate warum schon 30 sekunden jetzt haben wir schon wieder der gleichen situation einfach laufen einfach laufen ich habe keine moni super was geschafft ich hoffe mal ja wenn ich dann bitte ein kontrollpunkt wenigstens ich sehe gut aus super war ja ich habe meine knöpfe an allen quicktime events knöpfen was sie fertig doch noch sie fertig ja wenn wir ziemlich sicher ich hatte keine personen mit dem das ist doch gestorben nein aber joshal hat den helikopter geflogen naja stimmt naja gut aufgepasst war ich daran gedacht danke auch wenn ich sage mir das ist jetzt vorbei ist online oh gott ich dachte ich dachte wirklich dass ich drücken musste naja wenn wir ziemlich sicher ja ich habe ihn geliebt und jetzt kommen wir halt zu der stelle wo es gar schon stirbt genau eine stunde sie können jetzt schon eine verzweifelte flucht anwes können jetzt josh unter dem menü ansehen sie können jetzt eine verzeihung zum loch eben im großprofi spiel nein danke zur hölle nein das machen wir nicht ich bin gerade um 1000 jahre gealter wie lange ging jetzt hat das mal gucken dort waren jetzt eine stunde 59 minuten also knapp zwei stunden ja also werde ich zwei einstimmige parts daraus machen oh mein gott na gut aber was das war's das was mit resident evil 5 er hat gesehen war was wir jetzt geleistet haben ein wunderbares projekt hast du doch irgendwas zu sagen ich nicht nenne ich sage haußer dass das sind sie gerade weil einfach mal der größte stress aller zeiten war dagegen ist er der profi muss in resident evil 4 ja gar nicht muss mein profi muss in resident evil 5 spiel machen es allein ich mache es nicht mit ich habe schon gemacht habe ich die letzte woche ausgetobt ich mache das nicht mehr mit na gut gut das ist das was ich bin bettbar hier war es da und ich bin dann die europä und wir sagen tschüss bye bye deswegen wenn man dann eine verzweifelte flucht die war wirklich verzweifelt die Vielen Dank.